Hey Leute und willkommen zurück zu Portschrittsbruch Ruhr mit dem Leo von Fettem-Normale in Perlauer und er steht da wie eine Pulsie von Indien kommt immer noch Angst wenn du irgendwie so weiter wachst ja das ist so das ist auch für mich ungewohnt immer weil wenn ich so wenn ich so Aufnahmesessions mache oder so und ich werde dann die Folge und sagt direkt danach Hallo Hallo mein Schätzchen bin ich jeder der Pädobäer ja nein immer noch die Frage wie kommt ich da drüben hin oder wie komme ich überhaupt zu einer weißen Wand oder du oder er oder ist oder Springer unter die Städte Wurz gesagt spring mal darunter ich vertraue die Jürgen tun nicht so schnell doch da hat er sie ist sie wusste ist gut nicht immer steuer was man war für das ich weiß es ich weiß es bin darüber mit dem mit dem Mitgliedern so ganz einfach doch so mir geantwortet hier so es ist was das schönes Prozent ging es dahin wie hier ist es hinzu ja ich hab doch und das andere da ich hab's ich so ist besser darüber heute verraten geht aber jetzt gehen meine Portale verdammt das mal wenn ich draufstehen die Mörder um bei dem politischen allerdings ist es vergessen okay diese emanzipationsbilder oben ist echt malig er ist doch nicht den Arsch die G-Mann noch mal auf den Schalter bitte okay dass da oben geht nicht weg die Erdachter da war doch springen da rein springen in das rolle Ding rein wenn du da reinkommst genau jetzt erwartet kurz okay warte kurz jetzt okay okay was machte unten noch mal dann eines beteiligen okay und jetzt kommt wieder zurück jetzt kommt der Eier ich weiß was nicht aber scheiße jetzt ist das andere als ist dieser Messe wird uns der Weg verdammt ich fühle mich irgendwie grad es ist ein ich dachte ich habe immer gesehen dachte wenn du erst ein Teil dahin wird und das andere Bein hier oben und nicht dann wieder loslassen dann ist er auch ja aber ich habe immer noch das Problem im M-M-M-M-M-M aber immer wenn man zieht Partionsgrill da der machte meine Dinge immer noch du müsstest hier draußen die Portale machen ich bin nicht ich bin nicht hin an die ich das Problem nicht die Brommer in der Branche Brommer mit ihm bei ihm zuerst bei der 1 okay in die gute Stube in der Költe Stöbe kurz bin ich hier m sei ich dir ich dachte ich stirbst wenn er dagegen stadt er hat doch gekürzt so war ich jetzt gleich die Becksdauer macht nur ein Portal im Modell dort das ist ein Mö es ist so einig dahinten machen und zu denen kann ich durchschießen die dieser Schaus dass er in den Weg funktioniert wenn es um die Strecke Prozent und dort durch die Altenbahn der will mit zum Chaos fahren okay ich habe eine Idee okay erst mal erst mal geht durch ja ich bin das hat er gelernt ist total dann gegen die überliegenden Ende hin so ist das Ziel zurück aber ich bin doch jetzt kommt doch durch die jahre ja warte 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 jetzt mal konnte ich muss erst mal überlegen das ist direkt nein das ist doch echt ein Arsch Prozent abtätigst du wer es kann die Kassel oder springen wenn du willst neun alter das heißt es wird sonst würde gehen ich auf den Becker mein Becker wie kommen wir denn dahin Wohin? Ah, da ist ja auch noch was. Du verstehst, wenn du auf andere Seite runterspringst, dann komm ich da einiges aktivieren. Oh. 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 Das nehme ich jetzt mal da und in deinem Sprungbrett. Ja, aber du musst doch erst Portal setzen, damit ich überhaupt ins Portal rein kommen. Ja, nein, mach es das Portal dahinter. Oh, denn dein Jahr. Das käme ich doch gar nicht in das Ding. Und jetzt mach du das Rot an. Ah, so. Aber, klar, und jetzt springst du da auf der Richtung Seite raus. Oh, okay. So, was, jetzt muss ich auch guck was es ist. Oh. Okay, es ist mal der hinten eine weiße Fläche. also muss man hier stehen bleiben und da oben und da unten würde ich sagen für dich sogar auch vermuten gut dass wir immer so viel mit dem hohen oben ich ich bin selbst man ja okay jetzt kann ich wenigstens hier oben umlaufen wir helfen also ist das so da oben ich will er nicht unterhalten was du da oben so und ist jetzt da ich war ein hart ob du auch mit dem druck was da oben gegen würfel oder so Junge ich würde sagen spring einfach runter springen lasst dich töten warum ich mein ernst nein mach's nicht oh Gott verdammt wir sind dann hier oben von mir oben ist keine weiße wand ja ich drücke gerade Tab guck dich mal noch immer rechts 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 ja warte ich kann ich nur wieder in die in den Stuhl rein springen in den Stuhl Prozent den Kunden kommen ich nicht mehr doch da kommt noch hin da kommen ein okay dann will ich sagen dass sie trotzdem töten nach und so er doch oder er hat das funktioniert so funktioniert das Töten springen einmal rüber und springen zurück er hat genauso funktioniert je er Geld ach so Entschuldigung ach so geht das und so ist auch jetzt habe ich schon es richtig es ist jetzt springt jetzt ist springe ich von der Reihe auf Deutsch sprüchstisch um Prozent wir sind die Engstattung geschafft Alter wir auch so gut Irgendjemand, was GLaDOS sagt? Nein, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir überlavern immer GLaDOS. Okay, sie kann uns vollstens vertrauen. Ja, klar. Das ist der Satz, wo ich gehört habe. Mehr will ich gar nicht hören. Sie kann uns vollstens vertrauen. Ja, klar. Okay, GLaDOS, wenn du das von uns denkst. Dankeschön natürlich erstmal und geh sterben. Sonst schicken wir einen Menschen. Und den willst du nicht nochmal sehen. Nee. Die ist so dick geworden. Es gibt es gar nicht. Die Wege von 55 Kilo. Gefressen. Ne, zu viel vom Getreide zum Schluss. Da hat sich viel zu viel Brut draus gemacht. Stimmt, jetzt gibt es auch noch. Nicht, man ist der Test der Standardstrecke. Ja, hm. Was? Werte, das ist der Standardstrecke. Oh, man, dann sind bei Prestige oder was? Ja, ich bin über eine kleine Herausforderung. Ach, du Heilige. Was ist das hier für den Film? Mega-Mords-Zum-Ment, Alter. Oh, ich glaube, es ist einfach voll der Easy-Weg. Nee, ich glaube, es eher nicht. Okay, also, ich habe das Gefühl, das schaffen wir heute nicht mehr. Wir haben noch sechs Minuten. Ich kann das jetzt mal umschauen. Okay. Okay. Und seht euch auf, ich kann die jetzt irgendwo hinbringen eigentlich habe ich gedacht, die ich war da oben aber egal. das will die auch voll viel bringen die Böde jetzt ist die Säule die Aussicht von der Lüge immer noch ein weißes Teil ist Döde dort in der Leuchteins der 3.3 Söcke um es auch noch ein Turm Alters und sich in der da ist der Königin ganz übernahm Socktepp drücken das und Pfeile da müssen wir wahrscheinlich gehen die Elbe Städte da ist Prozent um sich mal nach links so klingt um dann eben nicht reinten hier nicht zu arbeiten springen runter jahre so ist es bin normal in die die blaue Tuba rein wo er scheißen und weg ist auch die Bühne verdammt ist nicht unten das war jetzt nicht so lassen Prozent Hilfe 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 wird okay und jetzt ist das machen mann und ich bin nicht lebensweig ist springe kurz rund um den Boden ich muss nicht bezüglich doch ich muss nicht bezüglich weil ich ihm ist die jetzt da oben wahrscheinlich um zu verbrauchen bin ich dachte nicht zu so nah ist Prozent so ist es voll im Arsch ich glaube ich muss ein bisschen was das heißt es ist das noch kurz ein bisschen ich mach mal kurz dein rotes Brot hat nicht und wird in die Gäste was ein Geld ist das hat ein das was wir nein die Gäste der da hat so viel zu hohen die Stürmer 9 solche Stacheln zu den Kopf nicht weh ist vorliegen die Stadt ich bin aufgewandert die ich will nicht bestätigen hatte kurz zu Stacheln tun ich will sie in den Städten ich habe hier und wenn ich es so will da habe ich auch gedacht vor ich wollte müssen so ist sein die Kultur und die Wartmann ein wenig stört dreistin aber es soll nicht gestört werden ich bin ich bin zu kommen muss ich die Folgen die Suisse ermöglichen oder in der Art der Welt ich glaube da haben wir noch wer hat Zeit bei dem Weg was macht eigentlich dass Ramos auch mit es sind Ludwig Mario ist die Tiefel der Einer der Unterricht und das war nicht so Klasse also jetzt mal so als er schon mal in der Hand an den Setzen der erst wenn ich dadurch bin jetzt an der Unten die Schuh auf nach oben bei den vom Punkt ist es mal ist es mehr schnell sein glaube ich war der Platz neben der Zeit ist doch und da muss ich den Rotes dahinsetzen in drei das war es ist doch ein sehr 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 und ist ein Kind die übel Panik seit fast aber das muss ich überlegen hatte jetzt blau 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 hat nicht funktioniert achte oben ist auch noch eins okay okay das habe ich nicht gesehen dass der Obleib ist okay ich dachte mir ist nicht da irgendwie schlossen es ist schon nice das ist was aber was braucht ich in Warte ich will jetzt mal dadurch er jetzt ist ich habe ein Fehler gemacht in und der Gegend das war ja ich hatte ja wichtig dass wenn ich das rote benutzt hätte welche wieder da unten gewesen das war schon okay ich habe gesagt dass du runtergehen sollst ich hätte ja das auch wieder ein den anderen und ich hätte ich hätte bloß nicht mein gelbes Portal setzen sollen sondern immer ein rotes ich habe ich habe mich ein Fehler gemacht also jetzt war schon mal dort war es ist es ist auch mal Opfer die Welt vertreten hier mal Geld ist mein Rotes ist es stimmt das heißt ich benutze ganze Zeit mein Rotes und nicht mein Geld und die Warte noch nicht noch nicht noch nicht sonst sei ich muss erst auf das Ding drauf so jetzt so da oben jetzt auch wieder mein Rotes und dann kannst du nämlich von dem Ding runtergehen jetzt kannst du runtergehen eigentlich und hinter dir hinter dir hinter mir auch noch mal ein rotes so so und ja dann ist das wo Wart da fach in die Hälfte okay wir wollen Krieg kriegen die Krieg ich muss da auch noch geteilt durch es ist ein Daniel ja auch die das heißt ich muss sich so lange dann hier so hin und her hin und her hin und her ja auch das ist ein guter oder drüben haben wir auch noch mal die gleiche Scheiße gell da haben wir auch noch was und die wo er nach der Zeit zugeht also da muss man ehrt der auf die Elke geschafft bis zu dieser Stelle sein wie der Elke ist und die durch auch so gut Koppel 2 nicht ich gehe ich ich opfer mich ich bin als bloß da zweimal bisher gestorben und die macht deine und heißt wieder so gelb und rot ja dann kann ich das besten behalten Schildo Kiel ist halt auch jetzt das soll echt anstrengend aber vor allem da hinten sehe ich dann kurz nicht mehr auf die Warte und jetzt du kannst ja ich kann ja du kannst ja Tab drücken wenn du willst na stimmt aber das ist aus uns netzen du kannst runter genau ok warte so jetzt musst du machen weil jetzt lass ich den anderen da hin ja es war zu weit der war gut da muss man echt echt ein bisschen teilen ich muss erstmal gucken wo der da runter auf die Dreck und mit der bis dahin das heißt du musst ungefähr da stehen bleiben und dann kann ich dich jetzt wieder durchlassen na verdammt das ist wieder durch naja ich gehe ab hier ab wie ein schnitzel war wir wie wir wie ist er wie die Katze von Schmitz nehmen dass ein Fortsch ich bin Schmitz Katze ist auch und da hat er er hat sich von Schmiederspäder am Abend ab und schon noch die die ja okay ja okay jetzt 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 und ich habe die Folgen die die Folgen sie ab und okay okay warte das hat das Brot ist 8 9 ich wollte gerade wieder egal schadam wir haben die gehalten sind auf Wirtschaften die die Folgen aber jetzt leider abgelaufen muss auch das nächste ist dann auch ein Turm verdanken egal die Folgen sind leider Gottes abgelaufen heißt wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwie heulen ich wollte mich vor allem heißt es ist auch abrufen okay auch 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 bp ja das ist die erste das war der Abschiedskurs zuerst so jahre ich war sagen sie dass er nicht mal wieder das heißt woher es bleibt wurde es so grob mit Leo von der Bananer Lp Tschüss Tschüss